Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich bin der Inhaber der gleichnamigen Unternehmensberatung aus dem schönen Bayreuth. Es geht heute in diesem Video um das Thema Gründen und das beginnt meistens mit einer Idee, ich möchte draußen ein Business machen. Ich möchte damit irgendwie Geld verdienen. Ich möchte schauen, dass ich mir vielleicht ein zweites Standbeinaufbau und ähnliche Dinge. Jetzt gibt es ganz, ganz viele Dinge zu beachten und zu tun, wenn man gründet und dafür haben wir unsere UAS Gründerwerkstatt entsprechend entworfen. Das heißt, wir setzen uns zusammen und wir begleiten Sie mit Ihrer Idee von der ersten Idee wirklich bis zum fertigen Unternehmen und teilweise auch mit darüber hinaus bei dem Festigen und beim entsprechenden Ausbau Ihrer Idee und Ihrer Firma. Was tun wir da genau? Wir setzen uns zusammen, wir entwickeln Businesspläne, wir schreiben die auch so, dass Sie Ihre Kapital Geber, zum Beispiel die Hausbank oder eben entsprechend andere Investoren wirklich davon überzeugt sind, dass Ihre Idee nachhaltig Gewinne erwirtschaften wird und es sich wirklich lohnt, in Ihr Unternehmen entsprechend zu investieren bzw. eine Anschubfinanzierung zu geben, damit auch Ihre Idee einfach die Chance hat, sich am Markt zu bewähren. Dieses Thema mit diesen Businessplänen kombinieren wir immer entsprechend mit der Geschäftsmodellentwicklung, der Strategieentwicklung, wo wollen wir da entsprechend hin? Das heißt, wir sind Ihr Sparring-Partner, wir hören Ihnen zu, wir fragen manchmal auch nach, teilweise fragen wir auch mal kritisch nach, wenn wir Ihre Idee noch nicht so richtig verstanden haben, was dann zu einer Reflexion führt, dass Sie darüber nachdenken können, ob die Idee wirklich so gut war, wie Sie am ersten Euphorie gemeint haben oder ob es vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle Dinge gibt, an denen man feilen könnte. Welche Märkte wollen Sie erschließen, über welche Kanäle wollen Sie das tun? All das werden wir mit Ihnen gemeinsam aufbauen und zu einem Erfolg führen. Was wir nicht tun und das ist ein wesentlicher Hinweis bei dem Thema Gründungswerkstatt, wir erstellen Ihnen keine Verträge, wir sind keine Rechtsberater, sondern wir sind Unternehmensberater. Also alles, was entsprechend ständisch gebunden ist, wie Steuerberatung und Rechtsberatung, ist nicht Teil der Gründungswerkstatt. Trotzdem ist es immer wieder hilfreich, jemanden zu haben, an dem man sich reiben kann, an dem man seine Ideen wirklich messen kann und das ist der wirkliche Mehrwert von der UAS Gründerwerkstatt. Die Aufwände für sowas sind nicht sonderlich groß, da reichen schon mal ein, zwei, drei Tage gemeinsames Arbeiten miteinander, um schon die eigene Idee so weit schaffen zu können, dass wir in der Lage sind, ein entsprechendes Geschäftsmodell zu modellieren, an dem Sie auch wirklich arbeiten können. Und dann kommt der wichtigste Tipp, den können Sie gleich umsetzen, gehen Sie raus in die Welt, probieren Sie Ihre Idee aus, probieren Sie Ihr Geschäftsmodell aus, war die Idee wirklich so gut oder muss man eben entsprechend wieder anpassen. Soweit, Sie können mit uns Kontakt aufnehmen, über unser Kontaktformular oder selbstverständlich auch anrufen. Die Telefonnummer finden Sie auf unseren Kontaktseiten oder oben in der Navigationsleiste von unserer Homepage. Ich freue mich auf den Kontakt, am Anfang selbstverständlich unverbindlich, melden Sie einfach bei uns, wenn Sie eine Idee haben, die Sie mal besprochen haben möchten. Wir finden da immer auch eine gute Lösung für beide Seiten. Ihr Axel Schröder